Bevor Heidi Klum ihr Liebesglück mit Musiker Tom Kaulitz fand, war sie mit Kunsthändler Vito Schnabel zusammen, doch die Beziehung endete 2017. Was macht der Ex des Topmodels heute? Was macht Heidi Klums Ex Vito Schnabel heute? Seit mehreren Jahren ist Heidi Klum mittlerweile mit Tokio Hotel Gitarrist Tom Kaulitz happy. 2019 gaben sie sich auf einer Yacht vor Capri ganz romantisch, das Ja-Wort. Wie happy die Model Mama mit dem 16 Jahre jüngeren Musiker wirklich ist, macht sie immer wieder bei Instagram und Co. Deutlich. Doch bevor Heidi Klum ihr Liebesglück fand, war sie bereits mit Stafffriseur Rick Pipino und Sänger Seal verheiratet und führte Beziehungen mit ihrem Ex-Bodyguard Martin Kirsten und zu Kunsthändler Vito Schnabel. Um letzteren ist es in den letzten Jahren eher still geworden. Doch wer ist der gebürtige Amerikaner überhaupt, und was macht er heute? Das Leben von Vito Schnabel Vito Schnabel ist der Sohn des Malers und Filmregisseurs Julian Schnabel und Designerin Jacqueline Borang, der am 27. Juli 1968 in New York zur Welt kam. Im Alter von gerade mal 16 Jahren organisierte er 2003 seine erste Kunstausstellung mit dem Namen Incubator in New York. Weitere Ausstellungen mit Werken renommierter Künstler wie Richard Avedon oder Laura Andersson sollten folgen. Im Jahr 2013 eröffnete er zudem einen Ausstellungsraum in der Metropole New York, in der seither regelmäßig Ausstellungen stattfinden. Nur zwei Jahre später folgte die Eröffnung der Vito Schnabel Gallery in St. Moritz, die mit großen Künstlern wie Tom Sachs, Walter Robinson, Sterling Ruby oder Pat Steyer zusammenarbeiten soll. Doch nicht nur durch die Kunst, sondern auch durch die Filmbranche dürfte Vito Schnabel dem ein oder anderen bekannt sein. So wirkte er in Filmen wie Bevor es Nacht wird, Super Art Market oder Miral mit. Single oder vergeben. Über sein Privatleben ist wenig bekannt. Nach drei Jahren Beziehung trennten sich Vito Schnabel und Heidi Klum im Jahr 2017 unerwartet. Seither hält er sein Privatleben unter Verschluss und ist in den Medien kaum noch Thema. Er wird zwar immer wieder mal mit Hollywood-Stars, wie Amber Heard oder Irina Schaik in Verbindung gebracht, ob es aber eine neue Frau im Leben des Kunsthändlers gibt, ist nicht offiziell bekannt. Auf seinem offiziellen Instagram-Account teilt Vito lieber Fotos verschiedener Kunstwerke mit seinen 16. 400 Followern, Stand März 2024, und begeistert damit offenbar auch die Stars, denn zu seinen Followern zählt unter anderem auch Topmodel Irina Schaik. Ex-Freundin Heidi Klum folgt ihm hingegen nicht mehr. Vorbei Har chewy sinduso. Sprecher und 커피 Von H its-Shim Fande ercl Saturn Vorbei Ab Euro ерш Vorbei Aus